Weißt du noch nicht, stört der Ton, wenn das Handy klingelt? Stört der Ton, wenn das Handy klingelt? Okay. Okay. Gut. Und weiter? Wo waren wir jetzt gerade? Konflikt zwischen Baku und Jerewan, Doppelmoral in der Außenpolitik. Ah, genau, ja. Hallo und herzlich willkommen zu Neckarwerft, dem Podcast der jungen Alternative Baden-Württemberg. Mein Name ist Steffen Degler und mit mir sitzt hier heute Markus Frohnmaier, Landesvorsitzender der Alternative für Deutschland, Bundestagsabgeordneter und auch Gründungsmitglied der jungen Alternative Deutschland. Markus, schön, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Sehr gerne. Markus, erzähl uns ein bisschen, wie war so dein Weg in die Politik? Das hat eigentlich im Grunde schon in der Schulzeit angefangen. Ich hatte die Situation, dass ich eine Hauptschule besuchen durfte, dann eine Realschule und Abitur gemacht habe. Aber auf der Hauptschule war es tatsächlich so, dass ich zum ersten Mal mit der Multikultipolitik von Frau Merkel konfrontiert wurde. Und wir hatten da die Situation, dass die katholischen Mitschüler morgens auf allen Vieren quasi in die Klassenzimmer reinkriechen mussten, weil eben dort sehr stark die Schule muslimisch geprägt war. Und das ist sicherlich eine Erfahrung, die war wirklich bewegend und verstörend. Also man kann dann auch sagen, das war ja damals dann schon, das ist ja auch wahrscheinlich auch schon 20 Jahre her, knapp, wie bei mir ja auch die Schulzeit oder gerade Anfang in der weiterführenden Schule, dass man da auch gesehen hat, ein Stück weit Rassismus gegenüber Deutschen, der ja damals auch schon Bestand hatte. Den gab es auf jeden Fall damals schon und es war ein Thema, das eigentlich tabuisiert wurde. Es gab auch keine politische Vertretung, die sich getraut hat, in irgendeiner Form darüber zu sprechen. Und ich meine, das war jetzt kein Brennpunkt, sondern der ländliche Raum. Und dass es damals schon solche Entwicklungen gab, das ist sicherlich bitter. Und da ist viel versäumt worden. Umso schöner ist es natürlich, dass es heute mit der Alternative für Deutschland, aber auch der Jugendorganisation Junge Alternative ein politisches Forum gibt, in dem auch solche Themen diskutiert werden, die über viele Jahre in Deutschland tabuisiert worden sind. Wie war denn dann dein Weg zur AfD? Also wie hast du dann wirklich beschlossen, irgendwann zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch selber aktiv in diesem Land etwas mitgestalten und etwas zum Besseren verändern? Also ich habe mich zunächst tatsächlich, das war dann quasi die Jugendsünde in der CDU-CSU engagiert, dort in der Aktion Linkstrend stoppen und hatte gehofft, dass es möglich ist, diese Partei von innen heraus in irgendeiner Form zu verändern. Es gab ja die Alternative für Deutschland noch nicht und musste eben relativ schnell feststellen, dass das nicht möglich ist. Ja, da haben wir uns dann quasi vor Regionalkonferenzen mit Flyern gestellt und haben eben erlebt, wie Fragen, die an Frau Merkel gestellt werden sollten, bei einem Wortmeldetisch abgegeben werden mussten. Und dann wurde eben vorsortiert, welche Frage gestellt werden kann und welche nicht. Und ich habe dann durch Zufall an der Uni in Tübingen damals mitbekommen, dass es eine neue Parteigründung gibt und dass der Professor Stabatti eine Podiumsdiskussion darüber abhalten will, für was diese neue Partei steht. Ich habe mich dann relativ schnell für das Projekt begeistert, habe dabei unterstützt, die Kreisverbände der Landespartei hier mit zu gründen, habe damals in Tübingen den Jugendverband mitgegründet und so hat alles seinen Lauf genommen. Ja, vielleicht gerade, wenn wir ja hier auch im Podcast der Jungen Alternative sind, vielleicht kannst du da mal ein bisschen aus dem LeCash-Train erzählen, wie denn so die Gründung der Jungen Alternative damals vonstatten gegangen ist. Es hat sich tatsächlich aus den Hochschulgruppen entwickelt. Also es gab quasi an der Uni in Tübingen schon, bevor es eine Struktur in Baden-Württemberg gab, viele junge Leute, die sich auch getroffen haben, die sich ausgetauscht haben. Es wurden Stammtische gemacht und sicherlich war es auch so, dass das Ganze stark aus dem Verbindungswesen mit entstanden ist. Also man hat sich da auf Häusern getroffen, sich ausgetauscht und dann kam es zu der Gründung der Jugendorganisation damals zu Gegend. Man wird ihn heute eher nicht mehr vielleicht in Erinnerung haben. Ich meine, der Bernd Kölmel war damals da und dann der Joachim Stabatti. Und dann haben wir uns in Tübingen in einem Tagungshotel getroffen und die Jugendorganisation eben formal gegründet. Ja, da müssen wir ja alle dir dankbar sein, dass du uns alle so den Weg bereitet hast. Und ich denke, es ist ja auch was Schönes, wenn man jetzt sieht, wie sich das alles entwickelt hat seit damals. Du bist ja auch im Bundestag vertreten, im Auswärtigen Ausschuss. Wir haben ja jetzt gerade eine sehr wandlungsgewaltige Welt, gerade von einer unipolaren Weltordnung hin zu einer multipolaren Weltordnung. Vielleicht kannst du dir doch mal ein bisschen erzählen, wie ihr das denn so im Bundestag wahrnehmt. Und ihr habt ja vielleicht einen viel tieferen Einblick als wir als einfache Bürger, sage ich jetzt mal, die zwar diese Veränderungen ein Stück weit wahrnehmen, aber gar nicht so tief in der Materie drin sind. Also es ist sicherlich so, dass man seit einigen Jahren sehen kann, dass es einen Wandel gibt. Einen Wandel von einer, ich sage jetzt mal eher unipolaren Welt unter amerikanischer Anleitung hin zu einer Welt, in der es mehr Entscheidungszentren gibt, die einfach multipolarer geworden ist. Das hat zum einen sicherlich mit dem Erstarken der BRICS-Staaten zu tun, die ja auch darüber diskutieren, eine eigene Währung einzuführen, die eine eigene Entwicklungsbank, die BRICS Bank quasi gegründet haben und die immer stärker auf der multilateralen Ebene mittlerweile eben ihre Punkte machen. Und unseren amerikanischen Partnern, das beobachten wir natürlich, gefällt diese Entwicklung nicht. Da gibt es schon den Anspruch, dass man auch weiterhin eine gewisse Dominanz hat. Deutschland hat sich mit der gegenwärtigen Bundesregierung aber sehr stark positioniert und lässt sich leider sehr wenig Spielraum offen, um eben verschiedene Möglichkeiten zu prüfen und weiterhin auch eine Art Kooperation als Leitlinie der Außenpolitik aufrecht zu erhalten. Also früher hat man in Deutschland durchaus gesagt, unser Mittel ist wirtschaftliche Zusammenarbeit und Kooperation und davon ist man abgerückt. Also wir erleben ja immer eine immer stärker werdende Blockkonfrontation und Staaten, die sich eine Art Neutralität herausnehmen oder weiterhin einen Ansatz der Kooperation wählen, werden durchaus unter Druck gesetzt. Und das ist sicherlich eine bedauerliche Entwicklung, weil Deutschland damit Chancen vertut. Wo siehst du da Deutschlands Zukunft? Also was müssten wir als Deutschland eigentlich tun, um auch eine gewisse Unabhängigkeit oder vielleicht auch eine gewisse Führungsrolle in Europa einzunehmen? Und wie könnte ein Weg dahin denn aussehen? Also es gibt im Grunde drei Säulen, die Deutschland in der Vergangenheit stark und wettbewerbsfähig gemacht haben. Das war zum einen immer die Einbettung ins transatlantische Bündnis, was ich persönlich tatsächlich mittlerweile bis zu einem Stück weit kritisch begleite. Wir halten es für ziemlich gesichert, dass unsere Bündnispartner unsere Energieversorgung Nord Stream in die Luft gesprengt haben. Es wird ja mittlerweile im Grunde nur noch darüber diskutiert, ob es die Ukrainer oder die Amerikaner waren. Das war immer eine Säule, die Einbettung in ein starkes Verteidigungsbündnis. Die zweite Säule, die Deutschland stark gemacht hat, war sicherlich günstige Energie. Und durch die Sprengung von Nord Stream, aber gleichzeitig auch eine Politik, die sich sehr stark nur auf einen Bereich konzentriert hat, also die keinen Energiemix ermöglicht hat, haben wir natürlich die Situation, dass Deutschland eine Art Standortvorteil verloren hat. Das war die zweite Säule, die gibt es nicht mehr. Und die dritte Säule war immer der Zugang, einmal zum US-amerikanischen Markt, aber auch vor allem zum chinesischen Markt. Und wenn man heute die sogenannte China-Strategie des Auswärtigen Amtes betrachtet, dann muss man nüchtern feststellen, dass eine Frau Baerbock eben auch versucht, eine Art Decoupling-Strategie zu verfolgen, die letztendlich darauf fußt, dass man sich diesen wichtigen Markt perspektivisch eben nehmen möchte, aus überwiegend ideologisch motivierten Gründen. Das bedeutet, alle drei Säulen, die Deutschland zumindest in einer Art relativen Wohlstand gehalten haben, sind entweder eingerissen worden oder bedroht. Und wir müssen deshalb wieder eine Außenpolitik entwickeln, die sich sehr stark am eigenen Interesse, nämlich am nationalen, orientiert. Das bedeutet, diese feministische, wertebasierte Außenpolitik, die muss zwingend überwunden werden. Also wir können sehr deutlich sehen, wenn wir uns den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan anschauen, dass es einfach eine starke deutsche Doppelmoral in der außenpolitischen Bewertung gibt. Zum einen haben wir gesehen, dass sehr stark eine Art Verpflichtung formuliert wird, wenn es um die Ukraine geht, dass man auch bereit ist, sehr stark wirtschaftliche Einbußen in Kauf zu nehmen, was die Energieversorgung anbelangt, mit Blick auf Russland. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass man den Gasdeal mit Baku nicht gefährden will, obwohl sich hier ein Staat sehr aggressiv gegenüber Armenien verhält und letztendlich es dort zum kriegerischen Konflikt gekommen ist. Und das alles zeigt, auch Besuche von einem Habeck dann in arabischen Staaten, wo er sich im Grunde eigentlich fast auf die Knie geworfen hat, damit er in Zukunft deutsche Energieversorgung sicherstellen kann. Oder beispielsweise eine Baerbock, die dann gar keine Probleme damit hat, mit Bakugasdeals zu schließen, dass es hier keine kohärente deutsche Außenpolitik gibt, wenn man zumindest diese moralischen Ansprüche an sich selber stellt. Und damit muss eben wirklich Schluss sein. Wir brauchen eine kohärente Politik, eine Politik, die sich immer an den deutschen Interessen orientiert und die zunächst einmal wieder sicherstellt, dass diese drei Bereiche, nämlich Zugang zu Märkten gewährleistet sind. Eine Energieversorgung, die Deutschland als Standort wettbewerbsfähig hält und eben auch die Einbettung in eine Sicherheitsstruktur und Architektur, die tatsächlich dafür sorgt, dass Deutschland geschützt wird. Und das muss diskutiert werden. Die terroristischen Anschläge auf Nord Stream haben sich jetzt gejährt. Bis heute hat der Deutsche Bundestag keinerlei Informationen darüber, wer eigentlich konkret die Verursacher sind, weil alle Versuche zur Aufklärung im Grunde eigentlich fehlgeschlagen sind. Wir erinnern uns, Frau Baerbock hat Taucher dorthin geschickt, gemeinsam mit dem Innenministerium. Und die waren nicht mal so ausgerüstet worden, damit ein Tauchgang möglich ist. Auf internationaler Ebene wird die Aufklärung unabhängig verhindert. Entsprechende Anträge, eine unabhängige Untersuchungskommission einzusetzen, im Rahmen der Vereinten Nationen beispielsweise, wurden abgelehnt. Ja, wir sehen ja auch, so ist zumindest meine Wahrnehmung, dass diese moralische Selbstüberhöhung unserer aktuellen Bundesregierung ja nur ein Stück weit vorgeschoben ist, um die eigenen Wähler von der eigenen Agenda zu überzeugen. Aber im Endeffekt agieren wir ja, sag ich mal, den geopolitischen Interessen der Amerikaner nach. So nehme ich das zumindest wahr, gerade mit Blick auf die Ukraine. Und das kommt ja dann auch, diese Ansicht verstärkt sich ja auch mit Blick gerade auf Konflikte wie Aserbaidschan und Armenien, wo diese moralische Selbstüberhöhung im Endeffekt dann nachher wieder über Bord geworfen wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir denn aus diesem Sog der Amerikaner oder aus diesem Sog des ganzatlantischen Bündnisses ein Stück weit auch raus? Weil man muss ja auch in gewisser Weise einen Plan dafür haben. Man kann ja nicht von heute auf morgen sagen, wir werfen jetzt alles, was wir bisher die letzten 50, 60 Jahre gelebt haben als deutsche Bundesrepublik über Bord und fangen morgen von Neuem an, von Null. Habt ihr da schon in der Bundestagsfraktion oder hast du da auch einen gewissen Plan oder eine Vorstellung, wie das funktionieren könnte? Also ich glaube, bevor man alternative Sicherheitsarchitekturen entwickelt, könnte man ja in der bereits vorhandenen sich einfach souveräner und selbstbewusster verhalten. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Wir sehen ja in Ungarn beispielsweise sehr deutlich, dass man NATO-Mitglied sein kann, übrigens auch an der Türkei, dass man NATO-Mitglied sein kann und gleichzeitig nationale Interessen vertreten. Viktor Orban macht deutlich, wie es geht an der Stelle. Das bedeutet, häufig wird ja der Eindruck erweckt, als ob es so eine Art Fremdbestimmung gäbe. Also die Deutschen können da eh nichts machen, weil die Amerikaner für sie entscheiden. So ist es nicht. Am Ende vom Tag haben unsere Politiker immer die Möglichkeit, auch souveräne Entscheidungen zu treffen. Sie müssen es halt auch machen. Und das ist, glaube ich, etwas, das sich zuletzt Gerhard Schröder getraut hatte. Er hatte ja quasi auch Nein zum Interventionismus gesagt und hatte dann eben in seiner Amtszeit eine Beteiligung der Bundeswehr abgelehnt, wenn wir an den Nahen Mittleren Osten denken. Und ich würde sowas eigentlich auch von deutschen Politikern erwarten. Das bedeutet, man bräuchte ja noch nicht mal eine komplette Reform der Sicherheitsarchitektur. Man könnte ja zunächst einmal damit beginnen, sich innerhalb einer bestehenden Struktur einfach souveräner zu verhalten und nicht immer zu allem Ja zu sagen. Weil was können wir denn im Moment betrachten? Ich glaube, Hintergrund dieser Auseinandersetzung, die wir beispielsweise in der Ukraine erleben, ist auch, dass nach dem Fall der Sowjetunion der russisch-amerikanische Dualismus überwunden worden ist. Und dann hatten wir quasi durchaus eine Phase, in der die Amerikaner diese unipolare Welt mit einer gewissen Dominanz geleitet oder geführt haben. Durch das Erstarken gerade der Pricks-Staaten, die aufstrebenden Wirtschaftsmächte etc., aber eben auch durch die Veränderungen, die nach dem Fall der Sowjetunion in Russland stattgefunden haben, ist dieser alte Dualismus wieder aufgelebt zwischen den beiden Staaten, also auf der einen Seite den Amerikanern und den Russen. Und in der Ukraine geht es aus russischer Sicht sicherlich um nichts anderes wie die Frage, ob man sich zukünftig auch als eurasische Macht beschreiben kann, also den Zugang zum europäischen Teil nicht verliert. Die haben ja durchaus einen, ich sage jetzt mal, Anspruch, eine Art Imperium zu sein. Und auf der anderen Seite geht es natürlich für die Amerikaner darum, ihre Einflusssphäre in Europa, aber auch im eurasischen Raum weiter auszubauen. Wir denken an Zentralasien, wo es starke Veränderungen auch in den letzten Monaten gegeben hat. Und wir sehen natürlich jetzt auch, was momentan in Armenien passiert. Da hat sich der gegenwärtige Präsident sehr stark, ich glaube, auf Herrn Blinken verlassen. Und er lebt ja gegenwärtig auch, dass es vielleicht nicht unbedingt klug war, sich nur darauf zu verlassen, dass man dann am Ende die amerikanische Unterstützung erhält und eben die staatliche Souveränität bewahren kann. Das bedeutet, wir müssten eigentlich mal nüchterner darauf schauen und feststellen, dass hier eine Art Auseinandersetzung um Sphären stattfindet. Die Grünen und Linken, die glauben natürlich nicht mehr daran. Die sagen, das ist von gestern und das ist eine Art antiquiertes Politikverständnis und sowieso ganz böse rechts. Wenn man sagt, es gibt große Staaten und kleine Staaten und die Größeren haben eben eine Art Raum, in dem sie sich bewegen. Da wird ja der Eindruck erweckt, als ob sowas quasi irgendwie rechtsextrem sei oder faschistisch oder was auch immer. Aber es ist nichts anderes wie eine Beschreibung der Realität, die wir ja seit Jahrzehnten beobachten können. Die Amerikaner wären niemals damit einverstanden, dass beispielsweise im Karibikraum chinesische Basen oder russische Basen oder Ähnliches entstehen. Und so haben natürlich die Russen auch den Anspruch, dass es eine Sphäre gibt, insbesondere was die ehemaligen Sowjetrepubliken anbelangt und dass dort eben nicht eine NATO-Erweiterung und Ausbreitung stattfindet. Genau das passiert ja gerade. Ich sage immer, zwischen Roten Platz und dem Maidan kommt nichts mehr. Und die Zweitschlagfähigkeit der Russen geht natürlich auch, beispielsweise durch eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine verloren. Insofern bin ich durchaus in der Lage zu sehen, aha, da gibt es Interessen, die kann man nicht einfach nur ignorieren und sagen, das ist Propaganda und Angstmacherei und man darf da nicht auf eine Art russisches Narrativ hereinfallen. Nein, wir müssen ganz nüchtern die Realitäten sehen. Und dann müssen wir natürlich auch, wenn wir Lösungen finden wollen, die Sicherheitsinteressen der anderen mit im Blick halten. Und darum muss man ja fast schon sagen, dass es richtig war, dass eine Merkel und andere, auch wenn ich die nie sonst loben würde, aber es war richtig, 2008 zu sagen, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied werden kann. Und wir haben eine große Chance vertan, indem wir uns in diesem Maße, in diese Auseinandersetzung involviert haben. Wir hätten nämlich die Position eines ehrlichen Maklers einnehmen können. Wir hätten vermitteln können, zwischen der russischen Seite, der ukrainischen Seite, aber ich glaube, am Ende wird natürlich die Entscheidung über ein Ende dieser Auseinandersetzungen in Washington mitgetroffen. Ja, das ist ja auch eine Aussage, die Donald Trump bei seiner neuerlichen Kandidatur schon getroffen hat, der gesagt hat, innerhalb von 24 oder 48 Stunden kann man diesen Konflikt lösen, wenn man das wirklich möchte. Und ich denke, das sieht man eben auch, wenn jemand gar nicht die Interessen oder die bisherigen Interessen Amerikaner vertritt, sondern die Interessen des amerikanischen Volkes vertritt. Und deshalb sage ich immer, ich hoffe mal, dass in zwei Jahren dann auch, oder nächstes Jahr dann Präsident Donald Trump wieder an der Macht ist, dass die Welt sich einfach wieder ein Stück weit entspannt und eben auch Chancen gesucht werden und nicht nur Einflusssphären versucht werden zu generieren. China ist natürlich auch ein springender Punkt jetzt aktuell, wo man sagt, okay, das Jahrhunderte des Drachens ausgerufen von Xi Jinping. Wie siehst du die Rolle Chinas jetzt gerade auch in den nächsten Jahren, auch mit Blick auf den Ukraine-Konflikt oder sagt er immer, China würde da ein Stück weit hinter Russland stehen. Ich sehe das ein Stück weit anders. Ich habe so das Empfinden, dass China ein Stück weit abwartet, was denn jetzt wirklich in der Ukraine passiert, um dann auf eine gewisse Position einzunehmen letztendlich. Also vielleicht, um noch mal kurz bei Trump zu bleiben und dann zu China zu kommen. Das Spannende an Trump und für den Fall, dass er wiedergewählt ist, dass er sich ja sehr stark auf die Monroe-Doktrinen im Grunde bezieht, wenn es um die Politik geht, nämlich eine Art Nicht-Einmischung, Nicht-Interventionismus im Ausland. Und das wäre sicherlich etwas, das dabei helfen könnte, solche Krisen und solche Konflikte zu lösen. Wir wissen ganz genau, dass es eine politische Tradition unserer amerikanischen Partner fast schon ist, dass man über Jahrzehnte, sei das jetzt im latein-südamerikanischen Raum und so weiter, Abrevolutionen mit unterstützt hat. Wir haben sowas auch zuletzt auf dem Maidan miterlebt, wenn wir im europäischen Kontext denken. Und insofern wäre es natürlich zu begrüßen, wenn er gewählt wird. Ich traue ihm auch zu, dass er in der Lage ist, diesen Konflikt sehr schnell zu lösen, weil er eben ein sehr, sehr pragmatischer und durchsetzungsfähiger Politiker ist. Und ich wünsche ihm da wirklich viel Erfolg, dass er das schafft und dass er, sage ich mal, da das Rennen macht. Es könnte der erste Präsident sein, der quasi aus dem Gefängnis heraus Entscheidungen treffen muss. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Zum Beispiel zu China. Wir haben ja auch Gelegenheit, mit den chinesischen Partnern bei der einen oder anderen Gelegenheit ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass China eine sehr kluge Politik betreibt. Das ist eine Politik, die darauf fußt, dass man bestehende Organisationen, sei das jetzt Entwicklungsbanken, sei das multilaterale Organisationen, dass man sich da mit einbringt, dass man sich stark engagiert, aber auch immer quasi komplementär dazu eigene Angebote schafft. Also das ist so eine Art auch eben, ich sage jetzt mal, zweigleisiges Fahren. Auf der einen Seite bringen sich in die bestehenden alten Organisationen mit einschaffen, dann aber auch eigene neue Organisationen. Es ist eine Art, es ist keine Revolution, die die Chinesen international dort umsetzen, sondern eine Art Evolutionspolitik, in der man eben versucht, langsam und mit einer gewissen Geduld die Verhältnisse zu verändern und zu verschieben. Ich habe nicht einen nur negativen Blick auf China, wie es teilweise eben auch in, ich sage jetzt mal, den eher süddeutsch-westlich geprägten Kreisen üblich ist, sondern ich glaube, man muss das schon differenziert betrachten. China betreibt eine sehr stark am nationalen Interesse orientierte Politik und das darf man ihnen nicht zum Vorwurf machen. Ich mache auch Entwicklungszusammenarbeit und natürlich ärgern sich viele Bürger immer darüber, dass China beispielsweise noch Entwicklungsleistungen bezieht, aber das kann man ja nicht China zum Vorwurf machen, sondern man müsste sich eher die Frage stellen, wie kann denn eine Bundesregierung immer noch so eine Politik verfolgen? Also das quasi dazu. Und ansonsten denke ich, dass die Chinesen tatsächlich abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Für sie ist es sicherlich unangenehm, was stattgefunden hat, weil dadurch natürlich auch die Taiwan-Frage immer stärker in den Medien und in der breiten Öffentlichkeit diskutiert worden ist und Taiwan ja quasi schon so zur neuen Ukraine stilisiert wird. Und das ist sicherlich nicht im chinesischen Interesse gewesen, was da stattgefunden hat. Aus deutscher Sicht, glaube ich, täten wir gut daran, wenn wir uns auf den Handel konzentrieren, wenn wir aber auch dafür sorgen, dass wenn deutsche Unternehmen in China investieren, sie nicht in eine Rolle versetzt werden, in der sie, ich sage jetzt mal, die Führung aus den Händen geben. Also wir kennen das mit Joint Venture und so weiter, dass dort eben die Beteiligungen in der Regel 51, 49 sind. Und das muss sich natürlich eben auch ändern. Auf der anderen Seite, wie gesagt, kann man nicht so auftreten wie unsere Außenministerin und eine wirklich so tradierte Kultur, ein so großes Land vor den Kopf stoßen, indem man einfach mal so salopp sagt, aus der baerbockischen Dummheit quasi heraus, der Präsident dieses Landes sei ein Diktator. Damit reißt man natürlich diplomatisch betrachtet Brücken ein und ich weiß auch aus erster Hand, dass es dort für große Irritationen gesorgt hat, weil sich in den, ich sage jetzt mal, letzten Jahrzehnten, also deutsche Verantwortungsträger nicht vergleichbar geäußert haben. Vor allem nicht in der Position, die von der Dame versucht wird auszufüllen. Ja, wir sehen ja auch die Einflusssphären, die immer weiter ausgebaut werden, gerade die Amerikaner oder auch die Europäer, die in Afrika auch versuchen, Einfluss zu generieren. China versucht das ja auch schon seit 10, 15 Jahren mit ziemlich großem Erfolg. Jetzt die letzten Jahre haben wir ja auch Russland, das mittlerweile in Afrika ziemlich stark vertreten ist, mit Interessen. Für wie wichtig hältst du denn auch den afrikanischen Markt an sich und wie wichtig wäre es denn auch, dass Deutschland sich da auch Interessengesteuert, sage ich mal, Einflusssphären sucht oder findet? Hältst du das für wichtig? Oder sagst du eher, wir sollten uns erst mal auf unser eigenes Land konzentrieren? Also ich denke, dass es tatsächlich wichtig ist, dass man gute Beziehungen zu afrikanischen Ländern pflegt. Das machen wir ja schon. Nur der Schwerpunkt ist eben einfach der falsche. Ich sage immer, wenn du von Subsistenzwirtschaft lebst und nicht weißt, wie deine Familie ernähren sollst, dann ist es dir herzlich egal, ob du morgens aus 80 Geschlechtertypen vor dem Spiegel wählen kannst oder eine Solarzelle auf dem Dach hast, da hat man unter Umständen ganz andere Probleme. Und die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, über die ja quasi tatsächlich dann auch der überwiegende Kontakt und das Engagement in afrikanischen Ländern läuft, die hat natürlich eine sehr seltsame Schwerpunktsetzung. Man versucht sich auf der einen Seite auf erneuerbare Energien zu konzentrieren, macht damit eigentlich chinesische Außenwirtschaftspolitik, weil diese Produkte in Deutschland nicht mehr hergestellt werden. Zu einem anderen probiert man dort irgendwie Gender-Mainstreaming zu lobbyieren, was völlig absurd ist, ja. Und zum dritten versucht man natürlich, Good Governance-Ansätze und Ähnliches zu vermitteln, was afrikanische Partner in der Regel tatsächlich überwiegend stört, weil sie eben zu Recht sagen, also wir wollen nicht, dass ihr uns irgendwie erklärt, wie unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben etc. organisiert wird. Und da müsste man also als erstes mal überlegen, wo können wir gemeinsam voneinander profitieren. Und da ist sicherlich Afrika als Chancen- und Rohstoffkontinent etwas ganz Wichtiges. Und die Russen, die Chinesen etc., die haben das sicherlich erkannt. Deren Investments und Zusammenarbeit sieht auch anders aus. Das ist deutlich einfacher. Da gibt es nicht große Ausschreibungsverfahren. Das wird nicht an Bedingungen geknüpft. Da wird eben das Geld bereitgestellt und davon wird Infrastruktur und anderes geschaffen. Die deutsche Seite macht das natürlich anders. Und das führt eben dazu, dass wir auch ein Stück weit an Attraktivität als Partner dort verloren haben. Ich glaube, wir müssten hier sehr deutlich definieren, wo unsere Interessen liegen. Ich glaube, es wäre insbesondere im Bereich der Ressourcen, der Rohstoffe. Auf der anderen Seite muss man dann aber auch die Länder dahingehend unterstützen, dass man sie dabei unterstützt, Infrastruktur etc. zu schaffen. Da gibt es ja viele Beispiele. Ich wundere mich dann immer, warum große deutschen Firmen wie Siemens etc. hier nicht mehr entsprechend beteiligt werden. Wenn Bahnlinien gebaut werden, wenn Infrastruktur an sich geschaffen wird, also Flughäfen, okay, das können die Deutschen auch nicht mehr so richtig. Aber da gibt es durchaus Beispiele. Und wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Es gab jetzt, also ich habe vor nicht allzu langen Zeiten Berichte gesehen, gerade über Investitionen in Afrika, wo es dann hieß, also die Chinesen, wenn die beispielsweise eine Eisenhütte bauen, dann bauen die die Eisenhütte, bauen die Bahnlinie und bauen den Hafen noch dazu. Und wenn wir als Deutsche kommen, dann sagen wir, okay, wir bauen die Eisenhütte und ein Stück weit für die Infrastruktur müsst ihr selber schauen, wie ihr das dann hinbekommt. Ist das jetzt tatsächlich immer noch so oder haben die Deutschen in ihrer Außenpolitik da zumindest gelernt, dass wir jetzt auch sagen, okay, wenn, dann schaffen wir auch die Infrastruktur mit dazu. Du, ich würde mich ja freuen, wenn die Deutschen die Eisenhütte bauen würden, aber die bauen eher die geschlechtsneutrale inklusive Gender-Toilette. Also das ist ja das Problem. Man hat da, glaube ich, überhaupt nichts gelernt. Also wenn es tatsächlich um die Umsetzung von Projekten geht, dann sind es tatsächlich ganz überwiegend nur noch Projekte in diesem Bereich. Gebaut wird überwiegend nichts mehr. Und klar, die Chinesen verfolgen da einen Ansatz, der auf der einen Seite sicherlich sehr vollständig ist, auf der anderen Seite auch kritisch begleitet werden kann. Die machen das ja überwiegend mit chinesischen Firmen und auch chinesischen Mitarbeitern. Das bedeutet, vor Ort wird dort wenig profitiert. Und dann ist es so, dass sie natürlich auch das nicht umsonst machen, sondern in der Regel gibt es dann eben Konditionen, die von solchen Staaten über Jahre nicht mehr getragen werden können. Und dann läuft es halt ganz einfach, dass der chinesische Staat sich dort bedient und sagt, dann gehört uns das halt für die nächsten 20, 30 Jahre etc. Das bedeutet, diese Politik ist natürlich differenziert zu betrachten. Ich glaube, dass wir anbieten könnten sogenannte Charter Cities. Also das ist ja die Idee, dass man im Grunde eigentlich eine Art Freihandelszone errichtet, in der dann aber auch deutsche Verwaltung mit umgesetzt wird, deutsches Recht gilt. Das ist sehr interessant. Also diese Charter Cities, glaube ich, wären etwas, die auch nachgefragt werden könnten, weil man damit eben Standards etabliert und eben gerade wirtschaftlich dazu beitragen kann, solche Regionen zu entwickeln. Weil das Hauptproblem deutscher Unternehmen, gerade wenn es auch um die Frage geht, investiere ich in Afrika, ist natürlich die fehlende Rechtssicherheit, die, ich sage jetzt mal, eher fragile Lage. Ja, du weißt nicht, wann kommt da der nächste Startstreich, Umbruch etc. Und das eben auch manchmal fraglich ist, wie Dinge rechtlich geregelt sind. Und das kann man ausräumen, indem man anfängt, sogenannte Charter Cities auf Freiwilligkeitsbasis dort aufzubauen. Das ist übrigens sogar was, was in der Konrad-Adenauer-Stiftung diskutiert und beschlossen wurde. Also nichts, keine böse neokoloniale Idee der AfD. Aber wir haben das auch im Bereich wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung als Antrag schon ausgearbeitet und in den Deutschen Bundestag in der letzten Legislatur mit eingebracht. Also da gibt es sicherlich gute Lösungsansätze. Das Grundproblem in Deutschland bleibt aber, dass man die Entwicklungszusammenarbeit beispielsweise nicht als Teil der deutschen Außenpolitik begreift, um eben auch Interessen im Ausland, deutsche Interessen umzusetzen und zu vertreten. Und da müssen wir zunächst einmal wieder hin. Für mich geht es wirklich um die Frage, ganz grundsätzlich, was wollen wir eigentlich mit der deutschen Außenpolitik und wie muss die eigentlich gestaltet werden? Geht es um Altruismus? Geht es darum, sogenannte Werte durch die Welt zu tragen, wie auch immer die dann im Einzelfall aussehen? Stichwort Doppelmoral, über die wir uns schon unterhalten haben. Oder geht es eben darum zu sagen, wie können wir auf internationaler Ebene Politik gestalten, die im Interesse der deutschen Bürger ausfällt? Du hast jetzt gerade die Charter Cities angesprochen. Vielleicht könntest du da mal ein bisschen ausführen, wie das denn dann aussehen soll. Also wie darf man sich das vorstellen? Kommen dann deutsche Firmen und deutsche Verwaltung dann gleich noch mit runter? Bauen dann auf einem gewissen gemieteten oder gepachteten Grundstück in der Stadt auf? Oder wie soll das dann aussehen? Es würde im Grunde so aussehen, dass ein Partnerstaat ein Stück Land zur Verfügung stellt. Und dieses Land wäre dann quasi unter der Verwaltung der Deutschen, die sich dort eben engagieren. Also in dem Fall beispielsweise wäre dann das BMZ dafür zuständig. Dort würden dann deutsche Firmen angesiedelt. Das Ganze würde nach deutschem Recht ablaufen. Und es wären dann eben auch, ich sage jetzt mal, Zonen, die steuerfrei sind. Und dadurch, dass du eben Firmen dann garantieren kannst, dass sie einmal Sicherheit haben, weil so eine, ich sage jetzt mal, Verwaltungszone ist da natürlich auch unter deutschem Schutz. Zum Zweiten könnte man sicherstellen und garantieren, dass dort eben Recht gilt, deutsches Recht in dem Fall. Und zum Dritten wäre eben gewährleistet, dass diese Unternehmen dort entsprechend steuerliche Vergünstigungen erfahren, dass das Ganze attraktiv ist, da eben auch zu wirtschaften. Es gab ja mal so einen Versuch mit dem Compact for Africa, wo man entsprechende Instrumente geschaffen hat, um deutsche Unternehmen dazu zu bewegen, dass sie in den Ländern investieren. Wir haben bis heute Instrumente wie Hermes-Bürgschaften etc., dass wenn du eben, wenn es einen Ausfall gibt, das Unternehmen entsprechend von staatlicher Seite in Anführungszeichen gerettet und geschützt wird. Das reicht ja aber nicht, um Unternehmen dazu zu motivieren, da tatsächlich in dem Maß tätig zu werden, wie man sich das vielleicht wünscht, dass dann dort Entwicklung stattfindet. Also ich glaube, der Gedanke der Charter Cities, der ist durchaus sinnvoll und muss diskutiert werden. Natürlich kommen die Linken reflexhaft und rufen dann Kolonialismus. Aber der zentrale Unterschied ist, dass es auf Freiwilligkeit beruht. Man kann so etwas anbieten als Produkt. Es gibt ja auch eine gewinnorientierte Entwicklungszusammenarbeit, wo man so etwas anbieten kann. Und wenn das nachgefragt wird, können wir es umsetzen. Okay, ja, dann vielen Dank für den Einblick in die Außenpolitik. Bei uns in Baden-Württemberg stehen ja als nächstes Jahr auch die Kommunalwahlen an. Wie sieht es da bei euch in Böblingen aus? Seid ihr da schon richtig in der Vorbereitung? Habt ihr da auch schon genügend Kandidaten? Und wie wichtig ist denn aus deiner Sicht auch die Besetzung kommunaler Parlamente? Also wir sind tatsächlich in Böblingen sehr gut aufgestellt. Wir werden dort flächendeckend zur Kreistagswahl antreten können. Die Listen sind meiner Kenntnis nach im Grunde schon gefüllt. Und es macht den Leuten auch Spaß. Also dadurch, dass wir quasi für jedes Gebiet einen Verantwortlichen benannt haben, hat man da eben auch die Möglichkeit, sich zunächst einmal regelmäßig zu treffen, eigene Punkte zu entwickeln. Das ist die erste Aufgabe, die die Kollegen bekommen haben. Definiert mal für euch sieben Punkte, die euch wichtig sind mit Blick auf die Kreistagswahl, also inhaltlicher Art. Und das wird dann am Ende in dem Prozess zusammengetragen. Daraus wird dann ein Kreistagswahlprogramm geschaffen. Es wird Veranstaltungen geben. Wir haben in Summe schon fünf Veranstaltungen zur Kommunalwahl in Böblingen durchgeführt. Wir hatten dort verschiedene Abgeordnete, die eben kommunalpolitisch aktiv sind, eingeladen. Auch ganz bewusst, ich sage jetzt mal, die in einem anderen Kontext manchmal aktiv sind. Wir hatten einen Kollegen aus Freiburg. Der hat natürlich einen schwierigeren Stand, wie wenn jemand im ländlichen Raum kommunalpolitisch aktiv ist. Und so konnte sich jeder ein Bild machen, was da auch auf ihn zukommt. Ich persönlich halte es für unfassbar wichtig, dass wir uns auf kommunaler Ebene noch stärker verankern, weil es dort die Bürger unmittelbar betrifft. Also nirgends kannst du so nah, so unmittelbar und direkt die Auswirkungen politischer Entscheidungen erleben, wie wenn auf Ebene eines Gemeinderats oder auf Ebene eines Kreistages eine politische Entscheidung getroffen wird. Und darum ist es ganz klar, dass die AfD im Idealfall flächendeckend in Baden-Württemberg für die Kreistagswahlen antreten kann. Bei den Gemeinderatswahlen müssen wir mal schauen. Das ist immer schwierig, dort eben genügend Leute zu finden. Trotz des massiven Zuspruchs, den unsere Partei auch im Moment erlebt, wirkt sich das ja noch nicht in dem Maße auf die Mitgliederzahlen aus. Ja, die sind gestiegen. Wir haben 20, 25 Prozent Mitgliederzuwachs. Sehr, sehr positiv. Aber in der Regel ist ja bei uns ein, ich sage jetzt mal, Kreisverband so groß wie ein Ortsverband einer Altpartei. Ja, das bedeutet, wir brauchen noch viel mehr Masse, dass wir auch flächendeckend in Baden-Württemberg den Antritt zu den Gemeinderatswahlen sicherstellen können. Wir sind auf einem guten Weg. Ja, Markus, dann danke ich dir vielmals, dass du unser Gast heute warst, dass du den Weg auf dich genommen hast und die Zeit gefunden hast vor allen Dingen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald vielleicht mal mit dem Außenminister Markus Frohmeyer unterhalten dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde das wirklich gut, dass ihr so ein Projekt hier umsetzt. Das ist sehr, sehr spannend, interessant. Ich habe mir schon die ein oder andere Folge angeschaut. Macht weiter so und vielen Dank.